So, dann ist der Abend und damit traditionell ein Live von meiner Seite und ich freue mich schon total, weil heute basteln wir mit einem Set, das hat mich sofort angesprungen im neuen Katalog und ich freue mich mega drauf. Ja, ihr Lieben, erstmal möchte ich alle ganz, ganz, ganz herzlich willkommen heißen auf meinem Kanal Die Wunderwelt aus Papier und ich freue mich natürlich mega mäßig, dass schon wieder einige da sind, es ist schon vieles im Chat los und ich warte jetzt gerade noch, bis mich die Mädels im Chat auch entdecken und hoffentlich schnell einen Gruß schreiben. Ah ja, ja, geht schon los. Okay, so, gut, ihr Lieben, ich habe schon einige Fragen gelesen und ich glaube, ich muss einmal ein bisschen auf die Fragen als allererstes eingehen, bevor wir uns der Karte und dem Thema heute widmen. Ich habe nämlich schon gelesen im Chat, es ist halt sehr spannend, ich habe es heute ganz viel angerissen, was ich super spannend finde und jetzt arbeite ich mir mal von hinten nach vorne. Die Sigrid schreibt gerade, ob es denn bei Stampin' Up im Moment Serverprobleme gibt, weil sie nicht reinkommt. Sigrid, ich habe das tatsächlich jetzt schon von zwei oder drei Seiten gehört. Mein Tipp an dieser Stelle ist, immer wieder einmal Cookies löschen und auch eventuell auf einen anderen Browser wechseln. Also ich wechsle immer wieder einmal so zwischen verschiedenen Browsern hin und her, je nachdem, ob ich mit dem Handy oder Tablet unterwegs bin oder ob ich am Stand-PC arbeite. Aber da ruhig einmal auch wechseln, also dass sie zum Beispiel Hausnummer mal auf Firefox gehen oder mal auf Safari oder auf Windows Explorer, je nachdem, womit sie halt gerade arbeiten. Manchmal hängt die Seite einfach nur in einem bestimmten Internetteil, ich weiß gar nicht, wie man, ich kann das gar nicht beschreiben, ich weiß eigentlich gar nicht, warum das auf den einen Server geht und am anderen nicht. Aber das hilft mir oft, wenn ich nicht weiterkomme auf der Seite, dann denke ich, okay, habe ich gern, mache den nächsten Explorer auf, dann klappt das wunderbar. Also von daher, das ist auf jeden Fall einmal ein guter Tipp, das einmal zu probieren. Und auf jeden Fall einmal eine Runde Cookies löschen, an dem liegt auch oft vieles, dass es dann wieder besser funktioniert. Gut, dann habe ich eine andere spannende Frage. Ich habe es ja ganz lustig gefunden, die Hasenfuss, und an der Stelle einen ganz lieben Gruß an die Hasenfuss. Die hat nämlich heute reingeschrieben, zum einen, sie hat ein Basteltief, finde ich total süß. Ich werde mich bemühen, das Basteltief heute zu einem hochzuarbeiten, Nasenfuss. Und was ganz nett ist, sie hat geschrieben, sie wartet noch auf die Probierpakete, denn dann geht es wieder richtig los. Und ja, wir sind mitten in den Vorbereitungen von der Probierpakete. Die Mama hat schon das ganze Papier geschnitten und ist gerade fleißig bei den Accessoires. Und ich werde morgen die ganzen Etiketten drucken und dann wird alles abgesackelt und zugeklebt. Und dann werden wir die Pakete zusammenstellen. Und unser Plan ist, dass die Pakete kommende Woche, Dienstag und Mittwoch zur Post wandern. Drückt uns die Daumen, dass alles reibungslos läuft, weil dann kriegt ihr die Pakete relativ rasch. Also im Zuge, gegen Ende nächster Woche sollten die ersten Pakete direkt schon bei Ihnen eindrudeln. So, das war jetzt zum Beispiel auch noch eine ganz wichtige Info. Ja, und dann habt ihr euch so ein bisschen unterhalten, ob ihr schon mit den neuen Sachen aus dem Katalog bastelt. Tja, wer noch nicht bestellt hat, es wird schon langsam Zeit. Es gibt so super, super bergige Sachen. Und heute möchte ich jetzt gerne, und das ist jetzt eine schöne Überleitung dazu, mit einem ganz wunderbaren Set arbeiten. Und zwar heißt es Landhaus Rosen. Das Set finden Sie im neuen Jahreskatalog auf der Seite, heute bin ich volle tippitoppi vorbereitet, 56 und 57. Ich hole das jetzt einmal gerade schnell rein. Und bei dem Set bin ich tatsächlich total hängen geblieben, wie ich den Katalog so ein bisschen durchgeblättert habe. Zum einen hat mich da einfach sofort auch tatsächlich die Stampin' Up Produktseite voll angesprochen. Die spricht mich nicht jedes Mal an. Mir ist das meistens zu viel übereinander und auch fast immer zu bunt. Aber bei dem Set, da finde ich, ist die Seite auch schon total gut gelungen. Da hat mich schon voll diese Karte zum Beispiel angesprochen, obwohl ich eigentlich gar nicht so der Vintage-Typ bin. Und auch das, also ich finde das einfach super schön. Ich mag einfach total gern, wenn das eher so ein bisschen Ton in Ton ist und nicht zu quietschig. Das ist einfach eher mein Ding. Und dann habe ich natürlich das Designerpapier gesehen. Ihr wisst es ja auf Designerpapiere, das ist immer einer meiner ersten Blickre. Und auch das hat mich total angesprochen. Schauen wir mal nicht mit den Blütenrosen, mit Savanne und Espresso und Vanille-Pour und ein bisschen schwarz und ein bisschen grau. Aha, finde ich super. Und dann ist sofort mein nächster Punkt oder mein nächster Blick da rüber gesprungen. Und ich habe mir gedacht, aha, wie cool. Ja, wie. Ich liege eigentlich total auf der Hand, dass man natürlich auch Bänder bestempeln kann. No, nein, oder? Ja, und schon war ich da total angefixt und dann war das natürlich noch, auch das Set hat mir dann einfach total gut gefallen. Schon allein die Typografien, die sie da haben, finde ich super. Ich mag ja total gern, wenn gerade Schriftzüge mit ein bisschen Geschwungenem so ein bisschen in Kombination ist. Also es ist einfach, und dann gefällt mir auch noch total gut, was da steht. Weil manchmal gefällt mir dann die Typografie total gut. Und dann liest man die Texte und denkt sich, könnte da jetzt nicht was Netteres stehen. Und diesmal geht es mir tatsächlich so, dass ich das super finde. Liebe Wünsche finde ich mega. Liebe Wünsche passt einfach immer. Also das ist total super. Und zu eurem großen Tag ist einfach mal total eine super Alternative zu dem ewigen Alles Liebe zur Hochzeit. Oder? Also da finde ich zu eurem großen Tag auch total schön. Und vor allem zu eurem großen Tag würde jetzt auch sehr gut für eine Taufe zum Beispiel passen. Weil auch das ist ein großer Tag. Also es gibt ja verschiedene große Tage, die man so feiert im Leben. Gute Besserung und Alles Liebe finde ich auch total entzückend. Also das finde ich ganz, ganz fein. Ja, braucht man halt immer wieder auch. Und das ist einer meiner Lieblingssprüche. Du bist in jeder Hinsicht wunderbar. Wie nett, oder? Ihr wisst ja, für das habe ich total was über. Also finde ich super. Herzlichen Dank ist nett. Müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber es schadet jetzt auch nicht. Und in Freundschaft finde ich persönlich ein bisschen schwierig. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo ich in Freundschaft draufstempeln würde. Aber hey, ein Stempel in all den vielen Stempeln. Wenn der mich nicht anhupft, kann ich damit mehr als gut leben. Also von daher alles Bestens. Ja, und das Blümchen ist natürlich für mich eins gewesen, wo ich mir sofort gedacht habe, yeah, supi, aquarell, oder? Es liegt total auf der Hand. War einfach total klar. Und deswegen bin ich glaube ich auch so ein Blümchentyp. Ich mag einfach, also Blümchen gehen bei mir fast immer. Also was ich in Blümchenstempel-Sets habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich haben wir viele Blümchen. Und natürlich habe auch ich in meinen Stempel-Sets einen Haufen Blümchen. Also da steht Blümchen, 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 Blümchen nebeneinander. Und trotzdem weiß ich zum einen genau, welche Blümchen ich habe. Und es eignet sich einfach nicht jedes Blümchen für alles. Muss man ganz klar sagen. Wenn ich zum Beispiel mir denke, ich mag auch das total. Die anmutigen Blüten, total super. Sind auch Blümchen. Eignen sich aber für Aquarelltechnik genau gar nicht. Oder? Weil die sind ja schon so. Die sind schon von Haus aus aquarellig. Ist total super. Wenn ich mal keine Lust habe zu malen, ist so ein Set mega. Wenn ich aber, so wie heute, total Bock habe drauf, was auszumalen, dann brauche ich einfach so ein Set. Dann brauche ich ein Set, was rundherum Linien hat. Und wo ich dann selber so ein bisschen ausmalen kann. Alles klar. Also von daher, Blümchen gehen bei mir einfach immer. Ja. Dann haben wir natürlich auch dazu ein paar nette Stanzen. Das ist ja auch nie verkehrt. Die habe ich jetzt nur schon verräumt, weil ich die heute noch gar gebraucht habe. Da sind sie. Das sind die Stanzen dazu. Ich zeige euch die mal. Ich mache euch die mal schnell auf. Da kann man jetzt natürlich den großen Stempel ausstanzen. Da kann man natürlich auch die ganzen kleinen ausstanzen. Da haben wir immer die Dinge rundherum. Da haben wir auch nochmal so ein Blümchen-Ausstanz-Ding, wo man die anderen Stempel dann irgendwie reinbringen kann, glaube ich. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, was man mit dem guten Teilchen da macht. Keine Ahnung. Also der passt natürlich da jetzt mit dem zusammen und der passt natürlich da auch mit den drei zusammen. Also die finden da auch irgendwie Platz. Aber wie dann der Rest, da weiß ich es einfach noch nicht. Also mit dem muss ich mich dann noch genauer beschäftigen, mit dem guten Stück. Jetzt weiß ich nicht einmal mehr. Ich glaube so. Nein, so hat es nicht Platz. Egal. Und jedenfalls mit den Stanzen, da werde ich mich dann noch einmal beschäftigen. Aber nicht heute. Heute wird einfach nur ganz gechillt gemalt. Und von daher finde ich das einfach total mega. Ah schau, Kartebox Papier schreibt gerade, mit dem großen kann man das eine Designer-Papier ausstanzen. Ja mega. Vielen, vielen Dank. Habe ich auch wieder was dazu gelernt. Schau, wie cool. Sehr gut. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie meine heutige Karte ausschaut. Und zwar schaut das ganze Ding so aus. Ich halte es euch einmal ein bisschen näher, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Ihr seht schon, ich habe da diesen wunderschönen Schriftzug eingebaut. Ich finde die Blüte einfach einen Oberknaller. Also die Rose ist einfach mega, 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 mega schön. Und ihr könnt euch da einfach total spielen mit Licht und Schatten. Das finde ich natürlich schon... Ah, ich liebe das. Das ist einfach extra bärig. Und wie gesagt, ich habe natürlich auch das Band bestempelt. Und habe das Band natürlich hinten rumgezogen, dass man auch innen drin noch ein bisschen was von dem gestempelten Band hat. Und finde das einfach nur wunder, wunder, wunderschön. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wenn ein oder zwei dann auch nur da rausschaut, finde ich es nochmal extra lieb. Und wir haben wieder diese wunderschönen neuen Schmuckperlen eingebaut, die so ein bisschen bunt schimmern. Die greifen natürlich das jetzt nochmal extrem schön auf, weil sie die ganzen Farben von der Blüte irgendwie drinnen haben. Und da rüben natürlich das Weiß von der Karte aufgreifen. Also, besser geht gar nicht. Finde ich. Also, wir haben da wirklich ganz, ganz wunderbare Dinge, die sich miteinander sehr, sehr schön kombinieren lassen. Und was ich total schön finde, ist natürlich auf Savanne ist das cool. Das funktioniert natürlich richtig, richtig schön. Und damit auch die Farben so schön rauskommen, braucht es in dem Fall unbedingt die Aquarellstifte. Also, ihr wisst ja, und das ist ja immer eine ganz spannende Geschichte. Oft fragen mich meine Kunden, was macht denn mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, sich Wassertankpinsel zu kaufen und mit den Stempelkissen zu arbeiten? Oder macht es mehr Sinn, sich ein Blenderpen, also das Blenderpen-Ding zu holen und Aquarellstifte? Oder macht es mehr Sinn, sich ein paar Stampin-Plants zu holen und mit denen zu malen? Ja, wie soll ich sagen? Es gibt kein, das macht am meisten Sinn. Die ganzen Techniken haben natürlich irgendwo alle ihre Berechtigung. Das eine funktioniert dort besser, das andere funktioniert da besser. Ich bin grundsätzlich, und das wisst ihr ja eh, immer totaler Wassertankpinsel-Tante. Also Wassertankpinsel und Stempelkissen in Kombination funktionieren für mich fast immer. Aber wo das leider, leider, leider gar nicht funktioniert, ist, wenn wir, so wie da, auf einem farbigen Grundkarton arbeiten wollen. Also sobald ich gern hätte, dass mein Aufleger nicht weiß ist, sondern so wie da eben eine Savanne-Ton hat, dann muss man einfach auf die Aquarellstifte gehen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, ich kann euch das ganz gern zeigen. Wenn ich jetzt da ein Stückchen Savanne habe und ich mache da jetzt mit einem Grün vor da drauf und verblende das Ganze dann mit der Blender-Band, dann sickert das natürlich auch ein kleines bisschen in den Farbkarton ein. Aber das Schöne ist, das Grün bleibt grundsätzlich stehen auf dem Farbkarton. Also man sieht da ganz klar ein schönes Grün. Je nach Unterton von dem Farbkarton, heller oder auch dunkler. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber dazu kommen wir noch. Wenn ich jetzt aber Papageiengrün zum Beispiel nehme und sage, okay, ich mache da jetzt mit dem Wassertankpinsel dasselbe Spiel. Also da kann ich ein bisschen Wasser reinquetschen in den guten Pinsel. Oder ich nehme den breiteren, weil der ist schon ziemlich feucht. Das ging ja eigentlich auch für den Zweck. Und ich nehme mir da ein bisschen von meiner Tinte und fahre da drüber. Dann sickert das einfach wesentlich mehr in den Farbkarton ein, als dieser Aquarellstift dort. Ich glaube, das kann man da jetzt ganz schön erkennen. Und wenn das Ganze dann trocken ist, dann natürlich noch ein bisschen mehr. Das heißt, wenn man möchte, dass die Farbe schöner auf dem Farbkarton sichtbar ist und schöner stehen bleibt, braucht man die Aquarellstifte, weil die Tinte, so wie ihr siehst, einfach in den Karton mehr einsickert. Also die sickert eigentlich weg. Und dann hat man einfach nicht so einen schönen, satten Gründon. Und von daher braucht es einfach, es braucht einfach alles. Und je nachdem, was man halt richtig, richtig, richtig gern tut, mit dem fängt man halt an. Ja, so ist meine Herangehensweise an diese Dinge. Wenn ich jetzt da zum Beispiel draufgehe mit einem Stampin' Blend, kann ich natürlich auch, Gott, dass wir mal den Vergleich haben. Aber dann seht ihr schon, das ist natürlich schon sehr, sehr plakativ. Also auch wenn ich jetzt da mit einem helleren draufgehe, im Vergleich, das hat jetzt natürlich mit einem schönen Grünton nicht mehr viel gemeint. Also Stampin' Blends auf einem färbigen Papier, da werde ich niemals so ein schönes, helles Grün zusammenbringen. Und von daher, ja, so wie ich gesagt habe, es gibt einfach verschiedene Herangehensweisen. Und wenn ich auf farbigen Farbkarton arbeiten möchte, dann ist einfach ganz, ganz, ganz klar, sind die Aquarellstifte meine allerbeste Wahl und mein allerbestes Mittel, was ich da zur Verfügung habe. Jetzt ist es natürlich so, die Aquarellstifte funktionieren natürlich auf der Wanne perfekt. Also Savanne ist eine ganz dankbare Grundfarbe für diese Geschichte. Aber ich habe mir dann heute überlegt, eigentlich wäre vielleicht auch total cool, das Ganze einmal auf anthrazitgrau zu machen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir persönlich zum Beispiel gefallen total gut Skiverteller. Momentan habe ich so eine Skivertellerphase. Also meistens ist es ja so, dass man, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber bei mir ist das so, ich habe dann manchmal so eine Phase, da mag ich am liebsten alles irgendwie kombiniert mit Holz, weil das schön warm ist und mir das total gut gefällt. Und dann habe ich aber manchmal auch so eine Phase, wo es in eine ganz andere Richtung geht und momentan geht es mehr in die kühlere Richtung mit Skiverplatten. Das gefällt mir einfach momentan gut. Ich mag total gerne weiße Kerzen auf einer dunklen Skiverplatte stehen, das finde ich schön. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich müsste das da drauf ja auch total mega ausschauen. Und von daher bin ich jetzt total neugierig, wie sich das auf dem Anthrazitgrau macht, weil das ist natürlich vom Grundton schon wesentlich dunkler und kräftiger als eine Savanne. Aber ich erhoffe mir, dass es gut klappen wird. Und damit das auch gut klappt, werden wir jetzt noch gleich ein bisschen Basisprobe machen sozusagen. Ihr könnt übrigens mit diesen Stiften auch auf Marineblau arbeiten oder auch auf Brombeermousse. Also auch ruhig auf dunklere, bunte Farbkartone. Das müssen jetzt nicht neutrale Farben sein. Wobei Marineblau ja momentan sogar auch in den Neutralfarben drinnen ist. Aber ich glaube, ihr wisst es, was ich meine. Also es muss nicht grau oder braun sein. Ich schneide mir da jetzt auf jeden Fall einmal ein Stück runter mit so ungefähr, keine Ahnung, 10 cm. Ich schneide mir das dann ein bisschen später noch so zurecht, wie ich das gerne hätte. Und damit bleibt mir da ein kleiner Streifen Grundkarton über. Und auf dem Grundkarton werden wir vorab ein bisschen probieren. Also manchmal muss ich ein bisschen antesten, ob das, was ich mir so vorstelle, dann auch funktioniert, ohne dass ich mir jetzt gleich das ganze Ding da versauere sozusagen. Und von daher legen wir jetzt einfach einmal los. Das heißt, ich fange jetzt einmal an mit dem Stempelabdruck mit Stays on. Darauf werde ich also jetzt mit wasserfester Tintenona, wir wollen ja aquarell arbeiten, stempeln. Also gut einfärben, dass der richtig satt bedeckt ist. Und dann stempeln wir uns das gute Ding mal da unten her. Ja, wunderbar. Man kann ihn gut erkennen. Das ist schon mal wunderbar. So. Und dann geben wir es an. Damit Sie das Ganze auch wieder sehr schön verfolgen können, lege ich mir die jetzt gerade einmal ein bisschen zur Seite und zoome sie wieder ein bisschen rein in das Bild, dass das ein bisschen näher ist und ihr mir ein bisschen besser sozusagen auf die Finger schauen könnt. Ich hoffe und denke, so müsste das klappen. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, wenn Sie mit Aquarellstiften arbeiten, dass Sie immer einen guten Spitzer haben. Also ich arbeite mit einem Städtler-Spitzer und ich finde, der funktioniert wirklich total gut. Das ist jetzt voll die Schleichwerbung, wenn man so will. Aber ich habe mir den selber gekauft. Und ich mag den deshalb so gern, weil der wirklich richtig gut schneidet. Also investiert bitte wirklich in einen guten Spitzer. Da würde ich echt auf ein Markenprodukt in dem Fall gehen, nicht auf irgendwas Billiges von irgendeinem Discounter, sondern geht es da wirklich auf etwas Gescheites, weil die einfach gut scharf sind und damit auch die Aquarellstifte wirklich gut spitzen. Ansonsten kann euch nämlich total leicht passieren, dass ständig die Minen abbrechen. Und das hat oft mit dem zu tun, wenn die Spitzer nicht gut sind, dann brechen oft die Minen weg und dann verspitzen sie mehr, als ihnen gut tut. Also das kommt sie weitaus teurer, viel spitzen zu müssen, als in einen guten Spitzer zu investieren. Gut, okay. So, bevor wir jetzt auf dem Papier loslegen, probieren wir da einmal, wie das jetzt so läuft mit dem Grün. Und zwar habe ich mir überlegt, ich glaube, dass wenn man nur Grün auftragt, dann glaube ich, wird das relativ düster wirken. Und von daher möchte ich gerne einmal noch probieren, was ist, wenn ich darunter mit Weiß gehe und da dann direkt gleich das Grün oben auftrage, sozusagen, dass ich von unten her noch die Weißschicht habe. Und dann möchte ich noch einmal probieren, was passiert, wenn ich zuerst Weiß mache, das verblende und dann mit dem Grün draufgehe. Also ich bin super gespannt, was sich da tut, wie die Grüntöne wirken werden und das schauen wir uns jetzt auch sofort an. Ich arbeite bei dieser Technik wirklich am allerliebsten mit der Blenderpenn. Ich bin ja sonst eben, wie gesagt, eher der Wassertankpinseltyp. Aber bei den Aquarellstiften lobe ich mir wirklich die Blenderpenn. Da funktioniert die einfach wirklich richtig, richtig gut. Und von daher testen wir das jetzt einfach einmal und fahren einmal da drüber. Die Blenderpenn hat natürlich den Sinn, dass sie die Farbe ein bisschen mit dem Farbkarton verbindet. Und vor allem, wenn wir dann verschiedene Farben nebeneinander auftragen oder auch gerne übereinander, dass das Ganze ein bisschen miteinander vermischt, vermengt und eben, ja wie soll ich sagen, den Zauber der Aquarelltechnik so quasi rüberbringt. Ja, da sieht man jetzt schon sehr schön, das Grün sickert natürlich in das Dunkel ziemlich weg. Und wäre mir jetzt zu wenig kräftig für ein Blatt, ich hoffe, dass das jetzt gut funktioniert da mit dieser Grün-Weiß-Variante. Und da seht ihr schon, das vermischt sich natürlich. Da werden wir mit der Blenderpenn dann ein bisschen vorsichtiger arbeiten müssen, dass es nicht zu streifig wird. Aber, das werden wir hinkriegen, das wäre natürlich schon wesentlich besser. Und jetzt verblenden wir uns gerade einmal schnell noch das Weiß. Weiß ist natürlich immer ein bisschen schwieriger zum Verblenden. Jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, bis das getrocknet ist. Ich fächere mal ein bisschen. Fächern ist ja ähnlich wie ähnlich wie Föhnen sozusagen. Der Lufthauch muss machen. Okay, aber man sieht schon, dass wenn wir mit dem Weiß drunter gehen, dann sieht man schon, dass das Grün auf jeden Fall schöner, heller stehen bleibt als ohne Weiß drunter. Das finde ich vom Effekt her schon mal ganz gut. Also damit könnte ich jetzt schon sehr, sehr gut leben. Ich hoffe, ihr könnt das richtig gut sehen auch. Also man hat da jetzt natürlich schon einen schönen, hellen Grün tun. Und was ist jetzt mit dem Weiß drunter? Und wir gehen dann mit Grün drüber. Mal schauen, wie der Effekt ist. Also ihr seht schon, man muss einfach manchmal auch ein bisschen probieren. Und ich nehme euch halt auf meine Probephasen mit. Das macht ja auch nichts. So, okay. Dann gucken wir mal, was sich da dann noch tut. Aber ich glaube direkt, dass die Mittlere das Weiß mit dem Grün direkt drauf und miteinander verblendet. Ich glaube, ich werde den besten Effekt geben. Ich bin gespannt. Ich bin mal ganz gespannt. Wie spannend, oder? Ja, es ist noch ein bisschen feucht. Von dem her kann man leider noch nicht viel sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass die zweite Variante die beste ist. Ich bleibe dabei. Ich finde, die zweite Variante ist die beste. Ich hoffe, ich halte euch das jetzt richtig in die Kamera, dass ihr das sehen könnt. Aber man sieht da schon, dass das Grau einfach zu sehr durchkommt. Und da haben wir halt richtig schön so einen hellen Grün tun. Ich mag das total. Ich finde, die mittlere Variante ist echt, echt gut. Was sagt ihr? Mal schnell in den Chat reinschreiben. Wie findet ihr das? Spannend, gell, Uli? Oder? Ich finde es total spannend. Also solche Dinge zu testen, finde ich immer total mega. Und weiß ist halt wirklich gerade bei dunklen Tönen, das ist einfach unser Highlighter im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. In dem Fall werde ich mir jetzt die ganze Blüte, soll man jetzt in den gleichen Farben bleiben? Bei meiner ersten Variante. Ich bleibe in den gleichen Farben, dass wir einen schönen Vergleich haben. Also ich arbeite jetzt die Blüte in dem grünen Apfel, in Olivgrün. Wir brauchen ein bisschen Marineblau für den Schatten. Wir brauchen ein bisschen Lila. In dem Fall ist das aus der Mischung Nr. 2. Ist das das Amethyst. Dann verwende ich Wassermelone und Weiß. Das sind meine Farben, die ich jetzt heute verwende. Und die sind eine Mischerei aus beiden Farbmischungen. Also Aquarellmischung 1 und 2 haben die drin. Also da findet ihr das Oliv in der 1er und in der 2er findet ihr das Blau und Lila, was ganz, ganz wichtig ist für die Schattentiefe und das helle Grün. Und das Weiß wiederum ist in der 1er Mischung drin. Die Mitte ist gut. Ich finde auch, die Mitte schaut wirklich gut aus. Okay. Dann würde ich sagen, legen wir los. Und zwar werden wir jetzt wirklich als allererstes alle Farben auftragen. Also wenn ich mit Aquarellstiften arbeite, dann trage ich wirklich alle Farben auf. Ach so, wir brauchen ja für die Blumenmitte verwende ich jetzt auch nochmal aus der Mischung 1 als Gelb und Orange. Also Osterglöcke und Kürbisgelb. Und mit den 2 fange ich auch an und setze mir aber auch da ein kleines bisschen Weiß drunter. Gerade so ein bisschen. Einen Hauch. Einen Hauch Weiß setze ich da drunter in der Mitte. Und dann gehe ich mir mit dem Gelb drauf, das müssen wir gerade mal noch ein bisschen anspitzen. Das Gelb setze ich, ups, das ist auch zu fest gedrückt. Spitzen wir noch ein bisschen. Okay. Das Gelb setze ich mir da in die Mitte drauf. Auf die Stiele sozusagen. Von dem Rosenmittelpunkt. Da achte ich jetzt schon drauf, dass ich schon wirklich anständig Gelb drauf habe. Und oben, auf die oberen Punkte sozusagen, setze ich mir das Kürbis Orange drauf. Also ich mache es jetzt wirklich ganz, ganz gleich, wie ich es gemacht habe bei meiner ersten Blüte. So. Alles klar. Dann müssen wir jetzt gerade da noch schnell ausprobieren, wie sich das Rosa verhält. Und auch das Lila. Und ob wir da drunter eventuell auch ein bisschen Weiß brauchen. Das gucken wir uns jetzt noch an, damit wir da anständig arbeiten können. Gut. So. Einmal verblenden. Wir verblenden da das Rosa. Wir verblenden das Lila. Und da verblenden wir jetzt einmal beides. Wir werden wahrscheinlich wirklich das Weiß drunter brauchen. dass das Ganze richtig so rauskommt, wie ich mir das wünsche. Ich möchte ja, dass das Ganze wirklich strahlend ist. Ah, ich finde es cool. Aber grundsätzlich finde ich das einfach eine totale Megavariante. Und ja, ich gehe mit dem Weiß drunter. Und von daher werde ich jetzt wirklich über das Ganze einmal auf jeden Fall überall Weiß draufsetzen. Und ich finde, also was ich ja total gerne mag, bei diesen Arbeiten mit Aquarell ist, dass das dann so entspannend ist. Also wenn ich jetzt da vor mich hin quassle, ihr Lieben, was ich ja irgendwie, ich erzähle euch halt einfach Verschiedenes, was ich mir so dabei denke, dann ist das trotzdem für mich total entspannendes Arbeiten. Also das ist so, da muss ich mich daran zwingen, dass ich daran denke, dass ihr mir ja da jetzt zuschaut und ich nicht ganz still vor mich hin arbeite sozusagen. Weil wenn ich natürlich alleinig bin und da so quasi meine Blümchen male, dann quassle ich natürlich nicht die ganze Zeit. Nun auch, oder? Ist ja eh logisch. Also mit mir selber bin ich dann schon eigentlich einmal wieder still sozusagen. und von daher werde ich mich jetzt darauf konzentrieren, dass ich euch schon ein bisschen was auch erzähle dabei. Da haben wir so einen ganz kleinen Stitzi, der so quasi ein grünes Blättchen bringt an der Stelle auch wieder. Und ich finde ja direkt auch das Schwarz-Weiß ja auch total schön. Also es wäre sicher auch ein sehr, sehr schöner Effekt, das einfach nur in dem Grau-Weiß zu lassen. Aber wir wollen ja heute wirklich eine bunte Variante haben. Insofern haben wir eigentlich fast doppelt Arbeit, weil wir natürlich beides ausmalen wollen. Aber es macht ja nichts. Und ich muss euch leider sagen, ich kann natürlich nicht den Chat mitlesen, weil wenn ich den Chat mitlese, dann habe ich meine Farbe überall alleine da, wo ich sie brauche. Also ich bin dann schon ganz gespannt, was ihr so in den Chat reinschreibt. was ich dann danach zum Lesen kriege. Das ist oft ganz spannend für mich. Total nett. Ja, so geht es ihnen so. Schön. Jedenfalls wollte ich euch ja gerne ein bisschen auch erzählen vom, überhaupt, vom Ausmalen und so weiter. Und und auf was so ein bisschen zu achten ist. Und ganz wichtig ist, dass wenn sie beginnen, was einzufärben, ganz viele haben ja irgendwie Sorge und sagen, ah, ich kann das mit dem Ausmalen irgendwie nicht so gut und irgendwie gelingt das bei mir nicht so schön und das schaut dann irgendwie komisch aus von Licht und Schatten und irgendwie ist das so gar nicht so meins. Irgendwie kriege ich das nicht so leicht hin. Dann kann ich wirklich nur sagen, es ist zum einen natürlich Übung. Das ist ganz klar. Übung macht den Meister, das ist natürlich logisch. Aber es gibt einfach auch ganz, ganz viele Tricks. Also es gibt ganz viele Dinge, wenn man das ein bisschen beachtet, dann geht das wesentlich leichter. Und von daher will ich versuchen, Ihnen heute wieder einige Tipps und Tricks ein bisschen an die Hand zu geben. Der erste wichtige Tipp ist natürlich, und ich glaube, das habe ich, also ihr werdet es wahrscheinlich alle Tipps, die mich schon länger verfolgen, immer wieder einmal gehört haben. Aber ich wiederhole mich da gerne, weil man Verschiedenes einfach auch wieder vergisst, wenn man es nicht ständig anwendet. Und der erste wichtigste Tipp ist natürlich, dass Stampin' Up ja immer schon bei den Stempelabdrücken darauf achtet, ein bisschen vorzugeben, wo ist denn mehr Schatten und wo ist mehr Licht. Und so ist es zum Beispiel, dass die ganzen Linien, die ihr jetzt natürlich aufgrund vom Weiß nicht mehr ganz so gut sehen könnt, aber die man natürlich auf dem Stempelabdruck sehr gut sieht, die ganzen Linien, die ihr da so sehen könnt, das ist natürlich, je mehr Linien das sind, desto mehr Schatten ist dort an diesen Stellen, geplanterweise. Das heißt, alleine anhand von dem könnt ihr euch da schon sehr, sehr gut orientieren. und so werden wir jetzt da, wo viele Linien sind, werden wir uns vermehrt das Wassermelone auftragen. Also ich fahre da jetzt einfach so ein bisschen über diese Linien drüber an den Stellen und lasse aber das andere ganz bewusst weiß. Ich will nämlich nicht eine ganz pinke Rose haben, sondern ich will, dass sie schön färbig ist, aber dass sie schon auch eine gewisse Zartheit hat, dass sie nicht ganz zu poppig ist, sozusagen. Und von daher trage ich wirklich nur dort Wassermelone auf, wo jetzt eben diese Striche vermehrt sind. Und das hilft dann schon ganz gut mit, dass man zum einen nicht allzu viel Farbe drauf hat und zum anderen schon mal an den Stellen hat, wo man es auch wirklich braucht. Schaut am Anfang ein bisschen fleckig aus, aber da braucht es euch gar keinen Kopf machen, wir werden das Ganze ja dann verblenden mit der Blende und von daher wird das gar nicht mehr dramatisch sein, da wird das dann gut passen. Und wenn nur noch so kleine Blätter sind, so wie da, dann dürft ihr die auch ein bisschen dunkler machen, die sind weiter unten, die haben von Haus aus schon mehr Schatten. Das heißt, alles, was eben eher weiter unten angeordnet ist, kriegt ja logischerweise nicht so viel Licht wie das von da oben. Außer es kräme das Licht jetzt von da unten her, aber wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass die Blüte so von oben schön Licht kriegt. Also wir machen es uns jetzt mal momentan nicht schwerer, als wir es haben müssen, sondern setzen uns einfach da so ein bisschen das Licht so von oben her sozusagen. Ja, also Schritt 1, einmal dort die Farbe auftragen, so ein bisschen, wo diese Striche sind. Genau, das machen wir jetzt. Haben wir jetzt da noch ein bisschen. Jetzt könnt ihr auch gut, hoffentlich wieder relativ gut erkennen, wo diese Striche sind. So. Schaut das Ganze natürlich momentan noch sehr unsinnlich aus und super fleckig, aber ihr werdet sehen, das wird dann im Endprinzip wirklich gut. Okay. So. Ich würde mal sagen, so ist das ganz okay. Jetzt gehen wir aufs Grün und beim Grün machen wir dasselbe auch. Also wir, das heißt, beim Grün ist es jetzt so, dass ich mir über das ganze Blatt mit dem helleren Grün drüber fahre und ihr seht schon, da trage ich jetzt nicht sehr, sehr viel auf, aber natürlich schon so, dass es grün ist, aber jetzt nicht übertrieben. Also ich drucke jetzt da nicht volle Duwe, volle Kanne super viel Grün drauf, was natürlich ginge, aber ich möchte ja nicht, dass es total überladen ist. Sollte ja einfach nur ein bisschen nett grün sein. Das heißt, da färbeln wir jetzt einmal flächig drüber, über die ganzen weißen Blätter. Cool, oder? Wie das jetzt rauskommt durch das Weiß drunter, allein ich da schaut jetzt das schon total gut aus. Wenn wir dann natürlich mit der Blenderpen drüber gehen, wird es einen Touch heller werden, klarerweise, weil es ja ein bisschen ins Papier dann reinsickert, aber es wird einfach noch super gut ausschauen. Das wird sehr schön sein, zumindest in der Theorie, in der Praxis werden wir es anschauen. Wir fahren natürlich auch da den Stielen entlang. Damit haben wir das. und wir nehmen uns jetzt als nächstes gleich das Olivgrün. Und das Olivgrün ist natürlich von dem her ganz spannend, weil das von Haus aus schon ein bisschen dunkler ist als das Gartengrün, aber es passt uns sehr, sehr gut dazu vom Farbton. Das heißt, da machen wir alleine schon mit der Farb Nuance sozusagen ein bisschen Schatten rein. und das Olivgrün setzen wir uns jetzt da wieder genau auf diese Striche drauf. Das heißt, mit dem saubern wir uns ein bisschen die Tiefe raus. Und wenn ihr da jetzt beobachtet, wenn ich da jetzt draufgehe und diese Linien ein bisschen nachziehe, dann kriegt man schon sofort das Gefühl, als würde das Blatt da einen Knick haben. Seht ihr das? Also allein mit dem, dass ich da jetzt auf diesen Strich das Grün draufsetze, hat man schon optisch das Gefühl, es geht so ein bisschen in der Mitte runter. Ich hoffe, dass das über das Video auch rüberkommt. Aber in Natura sieht man das sehr, sehr gut. Und von daher macht es schon wirklich total Sinn, dass sie sich ein bisschen anhand dieser Linien orientieren, die eben die Stempel von Stampin' Up vorgeben. Also sie machen es uns wirklich leicht, das gut zu machen. So. Ah, so bärig, oder? Ich finde das total cool. Vor allem werden die Blätter schon relativ lebendig. Noch nicht ganz, aber es ist schon recht gut. Und mit dem Grün fahre ich da jetzt auch gleich über die Stiele drüber, weil die Stiele von dem von den kleineren Blütenbüschel, sage ich jetzt einmal, die darf ruhig ein bisschen dunkler sein als das Blattgrün. Und von daher fahre wir jetzt einfach mit dem da auf das Weiß drauf. So. Die Büschel selber mache ich in Wassermelone und wir setzen aber auf die Büschel dann auch ein bisschen von dem Amethyst drauf. Und da kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, wo ich euch gesagt habe, ich verrate euch einige Tricks oder einige Tipps und zwar, wenn man möchte, dass etwas dunkler ausschaut oder mehr Schatten bringt, dann sind die klassischen Schattenfarben Violett und Blau. Violett macht einfach grundsätzlich schon einen Schatten und je blauer es wird, desto tiefer, desto härter wird der Schatten. Das heißt, wir nehmen uns jetzt ein bisschen von dem Violett und setzen uns auf ein paar dieser Blümchen ein bisschen das Violett drauf. Nicht auf alle, wir wollen jetzt nicht, dass alle so violettig werden, aber so dort und da ein bisschen, dass wir gerade auch ein paar haben, die heller und dunkler sind. Und dann setzen wir uns jetzt natürlich, und das ist jetzt der nächste wichtige Schritt, jetzt müssen wir uns natürlich auch auf die Rose die Schatten draufsetzen, damit die noch mehr Tiefe kriegt, weil momentan ist die noch ziemlich eindimensional. Die hat jetzt zwar ein Fleckhalle Teppich, ich glaube, ich habe irgendwo da drinnen schon mal gelesen, es geht in Richtung Marmorkuchen, aber sie ist noch recht flächig, die hat jetzt noch nicht wirklich eine Tiefe. Wenn man da im Gegensatz die anschaut, dann sieht man einfach sehr schön, die hat wirklich eine schöne Tiefe, also da hat man das Gefühl, die ist richtig 3D, also die wächst da richtig raus, währenddessen die ist noch total suppig, da hat man noch eine Fläche. Seht ihr das? Kann man jetzt glaube ich ganz, ganz super erkennen, bei der kann man jetzt auch die Blütenblätter noch nicht so richtig erkennen, das ist alles einfach noch sehr, sehr eindönig. Und damit das jetzt wirklich richtig lebendig wird, holen wir uns auf jeden Fall Lila dazu und auch das Marineblau. Also das sind unsere wichtigsten Farben für die Schatten. Und wir fangen jetzt einmal mit Lila an und setzen uns an den untersten Stellen, also wir fangen einfach beim untersten Blattel an, da setzen wir uns jetzt einmal entlang dieser Blätter, also der nächst oberen sozusagen, entlang dieser Blätter setzen wir uns einmal auf jeden Fall ein bisschen einen Schatten her und aber auch da in die Mitte rein. Also nicht nur ganz hart nach links und rechts weg, sondern auch ein bisschen da in die Mitte rein. Und dasselbe machen wir jetzt natürlich auch da heraus, also auch da setzen wir uns da entlang dieser nächst oberen Blüten ein bisschen von diesem Lilla her und auch da. Und achten Sie aber bitte darauf, dass Sie nicht in die oberen Blüten reinmalen, sondern wirklich auf der unteren Blüte bleiben. Und da dann ein bisschen aussuften, dass es nicht zu hart wird. Und auch da, auch da in der Mitte darf es ruhig ein bisschen her und dann nach links und rechts eben weg unterhalb von der Blüte sozusagen. Von den zwei jetzt. Dass man da richtig schön die Blütenblätter abgrenzt. Und so arbeiten wir uns jeweils eine Etappe nach oben. Gut, und von daher geht es jetzt da weiter. Das heißt, auch da werden wir uns entlang dieser nächst oberen Blüte wieder ein bisschen lila setzen. Da jetzt ein bisschen weniger als weiter unten. Weil wir wollen ja, dass das jetzt nicht ganz dunkel wird. Sondern es soll sich einfach nur ein bisschen schön absetzen, sodass man erkennen kann, wo fängt das nächste Blütenblatt an. Und das machen wir Blatt für Blatt. Also da setzen wir uns einfach überall, wo so ein bisschen nächstes Blatt ist, setzen wir uns das ein bisschen her und schauen, dass wir damit so quasi die einzelnen Blätter ein bisschen abheben. Und fahrt es aber vielleicht nicht immer ganz bis zum Rand rauf, sondern lasst es einfach mal ein Stück frei. Das ist dann die Übungssache und ein bisschen das Gefühl, das man dann dabei entwickelt, dass man nicht immer ganz bis zum Rand raus fährt, aber grundsätzlich eben da schon noch ein bisschen Schatten her zaubert sozusagen. Auch da können wir ein bisschen entlang fahren, sodass sich die noch mal von dem ein bisschen abhebt und auch da darf man ruhig noch ein bisschen her setzen, weil die sich von der ein bisschen abhebt und so schaut das schon ganz gut aus und so werden wir das momentan auch lassen. Und jetzt nehmen wir mit dem holen wir uns jetzt nur eine Spur mehr Tiefe raus. Das heißt auch da setzen wir uns gerade da noch ein bisschen blauer drauf, wo es am dunkelsten werden sollte. Dort und da setzt sich noch von dem blauer dazu. Es muss jetzt gar nicht überall sein, aber dort und da wo ihr das Gefühl dements da sollte ein bisschen mehr Schatten sein, da setzt sich von dem blau rein. Gut, okay. Das glaube ich schaut so schon ganz gut aus. Da nehme ich mir noch ein bisschen locker dazu. Aber das ergibt sich dann sowieso auch mit dem Rausmalen. Dass sich und da noch ein bisschen nach außen zieht. Ja, jetzt ist der nächste Punkt der auch super wichtig ist. Aber ihr seht es jetzt da schon hoffentlich, dass die ganze Blüte schon ein bisschen dreidimensionaler wird. Also man sieht jetzt da schon sehr schön, dass das nicht mehr so ganz zuppig eine Fläche ist, sondern dass sich die einzelnen Blütenblätter schon beginnen nach oben ein bisschen abzuheben. Zumindest hoffe ich, dass ihr das gut erkennen könnt. Und das haben wir jetzt natürlich da bei der Rose sehr schön, aber das fehlt uns natürlich bei den Blättern noch ein bisschen. Also die Blätter haben zwar jetzt schon durch das Olivgrün kommen die schon ein bisschen raus, aber die vertragen auch noch ein bisschen Schattenspiel. Das heißt, auch da werden wir uns noch ein kleines bisschen von dem Lila dazu hin, und zwar speziell entlang der Stiele, weil die Stiele sind ja weiter unten, die dürfen ruhig ein bisschen dunkler werden. Und was ganz ganz wichtig ist, wo wir auf jeden Fall ein bisschen was brauchen ist, an der Stelle, wo das Blütenblatt drüber geht. Weil wenn jetzt das Licht so von oben kommt, dann muss da ein bisschen Schatten sein. Und da haben wir momentan noch keinen Schatten. Das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen lila herzaubern. Und da setzen wir uns auch noch ein ganz kleines bisschen Blau dazu. Es darf da ruhig ein bisschen dunkler sein, entlang dieser Linie von dem Blütenblatt. Und dann kommt der nächste Punkt. Und zwar ist ganz ganz wichtig auch, dass Sie immer in dem Blattgrün ein bisschen einen Ton von der Blüte haben. Dann verbindet sich mehr. Das wird gefälliger miteinander. Und wenn Sie anschauen in der Natur, wenn zum Beispiel ein Rosenstrauch irgendwo steht, der hat fast immer in die Blätter ein kleines bisschen einen Rotton drin, wenn jetzt es zum Beispiel. Also achten Sie da mal ruhig ein bisschen drauf und dann in dem Fall einfach ein bisschen von dem Wassermelone, was ich mir da reingesetzt habe, setze Sie einfach dort und da ein kleines bisschen in die Blätter rein. Dezent bitte, nicht zu viel. Da geht es nur um das, dass dezent dort und da ein kleines bisschen von dieser Farbe auftaucht, die in die Blütenblätter sehen, wo kein Rotton drauf ist. Aber so ein bisschen dort und da rein zu holen, macht eine gute Verbindung. Und dasselbe gilt für die Blüte. Auch in der Blüte, wenn dort und da eine Spur von dem Grün dazu kommt, dann kriegt es viel lebendiger, dann wird es frischer in die Farben, dann wird es einfach natürlicher. Und von daher nehmen wir auch das Grün und setze auch das Grün dort und da ein kleines bisschen in die Blüte rein. Aber auch da gilt wieder, weniger ist mehr. Also nicht zu viel dort und da ein bisschen und nicht überall. Also ihr könnt es einfach auf ein paar Blütenplattel machen und dann lasst es es wieder gut sein. Da setze ich noch ein bisschen her und lasse es. Und so ist meine Schatten angesetzt. Ich habe meine Grüntöne von den Blätter drin. Ich habe in den Rotton von der Blüte drinnen. Ich habe auch da bei diesem Büscherl hinten die Schattenfarbe drinnen. So sind wir jetzt ganz tippidoppi vorbereitet vom Farbauftrag. Und jetzt können wir ganz gut mit der Blenderpen loslegen. auch da ist gut nebenbei ein bisschen Papier, dass man immer wieder auch ausstreichen kann. Und da beginne ich jetzt auch wieder in der Mitte falls da in der Spitze noch ein bisschen Farbe von vorher wäre. Ich beginne jetzt da in der Mitte und zwar beim hellsten beim Gelbton. Den vermahle ich mir jetzt ein kleines bisschen. Und da streiche in dem Fall jetzt nur nach oben, damit ich nicht das orange nach unten ziehe. Und da in so tupfig und das finde ich funktioniert auch ganz gut. Das hat bei meiner ersten Variante auch ganz gut funktioniert, dass sich das ein bisschen verbindet, ohne dass es strichig wird. Und dann streiche das aus. Ihr seht schon, die Blenderbände nimmt natürlich auch ein bisschen von der Farbe auf. Und jetzt beginne ich bei den Blütenblättern. Und da arbeite ich von innen nach außen. Das heißt, ich streiche das einfach so ein bisschen Blatt für Blatt nach außen und damit vermischt sich auch die Farbe von dem Lila, das ich da aufgetragen habe, mit dem Weiß und auch natürlich mit dem Grün, das schon vorher aufgetragen war. Aber ich fahre nur an diese Blatt Kante hin. Also ich fahre jetzt nicht weiter. Und dasselbe mache ich Kleider nehme. Da könnt ihr das einfach drüber ziehen und durch das vermalt sich so ein bisschen und ihr kriegt ein schönes Blütenblatt. Dann machen wir das gleich da. Da malen wir uns das Ganze ein bisschen schieben die Farbe hin und her. So dass das Ganze spannend wird. Dann zeige ich es aus. Da habe ich jetzt das erste Mal ein bisschen Lila dabei. Und ihr seht schon, wenn man da ein bisschen von diesem Lila dabei hat, in dem Fall natürlich eher zuerst ein bisschen draußen arbeiten, damit man nicht das ganze Lila nach außen zieht. Aber in dem Moment, wo ich das ein bisschen miteinander verblende, wird das total spannend. Also finde ich halt mal. Das total spannend, was sich da beim Weiß aus nahm. Man kann auch kreisförmig drüber fahren, so dass mir das da ja nicht zu viel ist. Durch das Verblenden von dem Wassermelone geht das jetzt schon mit dem ein bisschen zusammen und jetzt ziehe ich mir das Lila so ein bisschen nach außen, so dass das richtig ein schöner Schatten wird, aber nicht allzu hart sozusagen an der Kante liegt. Seht ihr das wird schön ausgesoftet da ich hoffe man kann das erkennen das wird total fesch und so arbeiten wir uns durch immer wieder dazwischen einen Pinsel ausstreichen oder die Blender pen damit ihr nicht an den Spitzen den Lila Ton habt weil da wollen wir ihn wirklich nicht haben dann fahren wir in dem Fall nach innen und da ziehen wir uns dann nochmal den Schatten so bisschen nach außen und wieder sauber machen dann gehen wir auf die nächste Blüte da könnt ruhig ein bisschen hin und her springen dann ziehen wir uns das da drüber und da her spannend oder ich liebe das ich finde das so super dann geht es da weiter beim nächsten Blatt ziehen wir uns das da drüber total cool und eben wenn man das macht und sich dann eben vielleicht noch eine nette Musik einschaltet dann ist das so das ist Entspannung pur also zumindest für mich in meiner Welt ist das einfach eines vom schönsten was gibt zu aus meinen ist einfach immer total nett so jetzt sehen wir uns da einen Schatten und da sieht man schon total schön wo wir ein bisschen blau dabei gehabt haben dass der Schatten natürlich viel intensiver ist als oben wo wir nur lila gehabt haben seht ihr das da ist der Schatten viel dunkler als da so herrlich herrlich das ist super so dann malen wir uns da den Schatten ein bisschen raus ein Träumchen dann gerne einmal drehen wenn es euch leichter wird machen die Variante da und arbeitet es da wirklich Blatt für Blatt das macht total Sinn dass man jedes Blatt für Blatt fertig macht da wirklich schaut dass das richtig schön wird so ist immer da raus da oben So, dann können wir die kleinen Blümchen nach hinten machen. Die werde ich jetzt gerade wieder nur so antupfen. Wenn wir gar nicht zu viel machen. Allein durch das antupfen, da verbindet sich schon die Farbe so schön mit dem Papier, dass auch der Stempelabdruck wieder schön durchkommt, was ja auch ganz wichtig ist, damit man dann auch wirklich erkennt, dass da eben die Blümchen gestempelt sind. Da ziehe ich mir die grünen Stiele runter. Ganz wunderbar. Und dann kommen wir noch zu den Blättern. Und auch bei den Blättern kann man da natürlich schön drüber fahren. Und allein in dem Moment, wo man auch da über die Blätter drüber fährt, sieht man jetzt natürlich total schön, dass das Rot, was man da aufgetragen hat, also gerade da oben, das verblendet sich natürlich. Das heißt, das nimmt man im ersten Moment vielleicht gar nicht mehr so wahr. Aber es ist da und das Dasein von dem Rot wirkt einfach. Es wirkt dann einfach gut. Es gibt einfach so einen ganz eigenen Farbton. Und wenn euch vorkommt, entkriegt jetzt die Blüte zu dunkel, dann ist es ja gar kein Problem, dass ihr da einen zweiten Farbauftrag macht. Also ihr könnt ja ohne weiteres nochmal drüber gehen, weil die Blenderbände raut ja das Papier zumindest beim ersten Arbeitsgang nicht auf, sondern lasst das wirklich schön glatt. Und das heißt, wenn euch da jetzt vorkommt, es ist mir jetzt ein bisschen zu düster, dann müsst ihr einfach schauen, ob es schon trocken ist. Und wenn es trocken ist, dann könnt ihr ja gerne nur mal mit ein bisschen Weiß zum Beispiel drauf gehen. Mir ist jetzt fast nur eine Spur zu nass, aber ein bisschen geht es, dass ich es euch sagen kann. Und in dem Moment, wo ihr da jetzt nur mal mit ein bisschen Weiß drüber geht, holt ihr natürlich noch mal ein bisschen das raus. Das heißt, ihr könnt da ruhig auch ein zweites Mal drüber gehen und dort und da noch Highlights dann setzen. Natürlich ganz klar, wenn ein Farbkarton, so wie jetzt das Anthrazitgrau, da relativ dunkel ist, dann ist natürlich ganz klar, dass natürlich die Blüte schon dunkler wirkt, als jetzt auf der Wanne. Als andere wäre ja echt abnormal. Aber ihr seht schon, ihr könnt da ruhig noch mal drauf gehen. Dann holt man die auch wirklich schön raus. Dann könnt ihr auch gerne noch mal mit ein bisschen Lila oder Rosa oder was auch immer nachgehen. Dann dort noch ein bisschen Farbe aufsetzen. Spielt euch einfach. Das ist ja das Nette bei diesen Dingen, dass man sich da einfach wirklich spielen kann. Da kann man arbeiten und drüber gehen und noch mal drüber gehen und schauen und machen und tun. Das wird einfach gut. Dann fangen wir da noch mal ein bisschen drüber. Verblenden das noch mal so ein kleines bisschen. Muss man ja nicht mehr über die ganze Blüte drüber gehen. Nur dort oder da, wo es ein bisschen zustrichig ist. Kannst du da einfach noch mal so ein bisschen einen Hauch drüber düsen, sozusagen. Einfach cool. Total perfekt. Total super. Und da haben wir zum Beispiel so einen Punkt, wo sich die Blütenblätter umbühren. Auch da kann man natürlich noch mal ganz super Weiß draufsetzen und das mit dem noch mal ein bisschen rausheben. Super. Findest du das super? Total cool. Und ihr könnt auch da noch mal mit ein bisschen Weiß drüber gehen. Ruhig auch da auf die Blätter noch mal einen Lichtschimmer draufsetzen. So cool da unten mit dem Schatten. Schaut euch das mal an. Da setzen wir noch ein kleines bisschen Weiß drauf. Da kann es ein bisschen mehr rauspuppen. Und so, finde ich, ist die echt cool geworden. Oder? Schaut doch gut aus. Natürlich dunkler als auf der Savanne. Aber trotzdem total cool und schaut total natürlich aus. Und es schaut auch so, als hätte es irgendjemand wirklich hingezaubert, der so richtig gut meinen kann. Aber das könnt ihr es auch. Jetzt müsst ihr einfach nur ein bisschen probieren und mutig sein und euch trauen. Und jetzt zummerk ich gerade ein bisschen raus, dass es nicht zu viel ist. Und dann könnt ihr die daneben noch mal sehen. Also es sind jetzt exakt dieselben Farben. Und natürlich, es kommt jetzt auf einen hellen Untergrund. Und natürlich kräftiger raus. Da sind wir natürlich jetzt schon dunkler. Aber ich finde es trotzdem total schön. Und jetzt setzen wir uns da natürlich noch das liebe Wünsche drauf. Weil das ja total gut passt. Ich bin jetzt gerade noch beim Überlegen. Machen wir es schon in schwarz. Setzen wir uns da her. Total cool. Und dann drücke ich aber meine Stempel ein bisschen zu fest und dann kriege ich gerade. Aber das macht nichts. Und jetzt werde ich mir da auf die Blüte tatsächlich noch ein bisschen einen Wink auf Stella draufsetzen. Huch, ist da ein bisschen zu nass. Gutes Ding. Einmal drauf tupfen. Ich glaube mir mehr, dass uns da jetzt der Wink auf Stella natürlich noch ein bisschen hilft auch. Dass der das Ganze noch ein bisschen gefälliger macht. Wenn wir da auf der Blüte noch ein bisschen Wink auf Stella haben. Setzen wir uns da gerade noch so ein bisschen drüber. Der vermengt natürlich die Farben auch noch ein bisschen, weil ja der auch auf Wasserbasis ist. Aber ich glaube, das wird ganz cool. Dann holen wir uns nämlich die Rose noch ein bisschen kräftiger raus. Dann ist die nicht ganz so düster. Trotzdem kann man aber die Farben super passen. Total cool. Eine Glitzerdose. Super. Sehr, sehr cool. Schaut gut aus. Werdet ihr jetzt nicht viel davon sehen, aber so ein bisschen, glaube ich, kann man es erkennen. Wenn das dann noch ein bisschen mehr getrocknet ist, dann wird das noch schöner sein. Cool, 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 cool. Und jetzt wollen wir uns das ganze Ding natürlich zuschneiden. Nachdem ich meinen Wunsch jetzt ein kleines bisschen schief geschnitten habe, richte ich mich da jetzt nach dem Wunsch und werde versuchen, das Ding, den Wunsch, entsprechend abzuschneiden. Was ja kein Problem ist. Wie wir alle wissen, können wir ja da noch ganz gut zaubern. Ich baue immer das auf 9,7. Und da auf in etwa 9 habe ich vorher gehabt. Das war ganz gut. Das war ganz gut. Und das geht sich auch aus. Ha! Und schon ist der Spruch gerade. Zaubererall! Ah, so cool. Schön. Und jetzt werden wir uns das Ganze natürlich noch auf die Grundkarte bauen. Und ich glaube, dass das aber tatsächlich auch mit dem Band dann total gut geht. Weil wir ja das Band dann auch noch mit schwarz bestempeln. Und ich glaube, dass das cool ausschauen wird. Von daher. Oder aber, vielleicht noch eine Spur besser. Ich habe noch ein weißes Leinenband da. Das gefällt mir jetzt vielleicht sogar noch besser. Mit dem drunter. Und wir bestempeln das. Und setzen da drunter, das breitere Grau. Ihr habt das vielleicht auch noch. Ja, so werden wir das machen. Genau so. Schnell umdisponiert. Gut. Okidoki. Wir brauchen ein klein bisschen Restkarton. Dann nehmen wir uns das weiß. Wir brauchen die Grundkarte. Die Grundkarte ist ganz normal. 14,5 mal 21 gefaltet bei 10,5. Da werden wir uns jetzt gerade einmal das Band rumziehen. Mal schauen, wie viel wir brauchen. In etwa so. Dann werden wir da jetzt das weiße Leinenband in dem Fall bestempeln. Das hat zwar ein bisschen weniger Platz, aber das macht ja nichts. Das ist ja gar nicht. Oder. Oder probieren wir das mal auf dem? Könnten wir auch. Könnten wir auch. Oder wir stempeln einfach über beide. Könnten wir auch. Meine Güte, Ideen über Ideen. Lasst uns mal probieren, wie denn das so wirkt. Stempeln wir da gerade einmal über kleine Ecken. Ob das geht? Ha, das geht und schaut voll mega aus. Yeah, total cool. Dann bleibe ich frisch bei dem grauen Band. Dann bleibe ich bei dem grauen. Sehr cool. Dann werden wir uns das im Moment sparen. Dann haben wir nämlich denselben Effekt. Total mega. Okay, also. Da habe ich mir gerade den Platzstempel genommen und habe den kreuz und quer da drauf gestempelt. Gerade so wie ich lustig war. Wie mir vorgekommen ist. Einmal mehr, einmal weniger. Einmal schräger, einmal weniger schräg. Bin ich da rundherum gestempelt. Einmal von oben, einmal von unten. Einmal von vorne, einmal von hinten. Werden wir den einfach da fertigstempeln. Total cool. Total cool. Und dann brauchen wir das Ganze natürlich auch noch einmal auf der Grundkarte. Weil wir natürlich das lassen wir gerade ein kleines bisschen trocknen. Weil wir natürlich da, wo wir das dann aufsetzen, auch da gerade noch ein kleines Stickerl von dem Zweig rausschauen lassen. Weil das irgendwie einen coolen Effekt gibt, wenn das da noch einmal so ein bisschen rausschaut. Und da habe ich wirklich nichts anderes getan, als mir das da hingelegt, wo ich es ungefähr am Schluss dann haben will. Also das geht so Daumen mal bei. Ihr kennt es mehr. Ich bin da irgendwie, so wie man gerade vorgekommen hat. Dann hebe ich den Stempel da ungefähr hin, wo ich ihn haben will. Und den Stempel einfach runter. Und so wie es ist, ist es dann. Also da, das ist jetzt, da mache ich mir jetzt keinen riesen Kopf draus, sozusagen. Und da werden wir jetzt gerade auch noch ganz schnell natürlich die Blätter ein bisschen malen. Eh klar. Die müssen jetzt natürlich auch noch gefärbelt werden. Ist ja logisch. Da knallt jetzt natürlich die Farbe anständig auf dem Weiß. sehr klar roh. Aber dann sieht man halt das auch einmal ganz schön, wie der Unterschied ist. Und da handhaben wir das natürlich ganz gleich. Das heißt, wir malen da schön die Blätter aus. Wir müssen jetzt gar nicht alle malen, aber das ist so ein bisschen der Manker in mir, dass ich sage, ich möchte schon gern, dass da drunter wirklich alles gemahlen ist. Dann sitzen wir da natürlich ein bisschen drüber. Und jetzt holen wir uns wieder ein bisschen das Grün rein und fahren mit dem Grün wieder so ein bisschen über die Striche hier. Das kann man jetzt natürlich da sehr schön erkennen, wo die sind. Wir fahren auch da gleich ein bisschen über diesen Stamm runter und setzen natürlich auch da ein bisschen von dem Grün auf. So, dann haben wir gesagt, eine Spur Rosa oder Wassermelone kann es ein bisschen dort und da nicht überall und ein bisschen Lila geben wir uns da noch in den Stamm rein, damit das auch wirklich kräftig dunkler ist. Weil wir da natürlich wollen, dass das dunkler ist. Kann man auch gern da noch ein bisschen hersetzen. Und von mir aus auch da noch ein bisschen. Und auch da noch ein bisschen. Ach, wenn ich noch aufhören könnte. Okay, und dann geht es los. Dann vermahlen wir. Wir fangen natürlich wieder an einer helleren Stelle an. Und jetzt sieht man schon total schön, wenn man da drüber geht. Das ist einfach ein Träumchen. Und ich liebe das, wie sich das Wassermelone, so wie da jetzt zum Beispiel, auch wirklich schön so ein bisschen verteilt. Und trotzdem nimmt man es, wenn man genau hinschaut, wahr. Wenn man nicht genau hinschaut, wird man es gar nicht sehen. Aber im Gesamteindruck ist es einfach genial. Genial! Wie die Franzosen sagen würden. Die deutschen Franzosen. Oder die Franzosen, die in Österreich leben. Oder Deutschland. Oh Mann, ihr seht schon. Wenn ich beim Malen bin, bin ich immer ein bisschen flippisch. So. Huschen wir da noch ein bisschen drüber. Ach, ich liebe es. Es ist einfach berg. So, Dala. Mittlerweile ist das Band auch schön getrocknet. Es wird einfach ein Träumchen. Dann werden wir uns jetzt als erstes das Band aufkleben. Und das Band kleben wir uns natürlich auf mit doppelseitigem Klebeband. Eh klar. Ganz simpel. Ziehe ich mir da zwei Bahnen drüber. Einmal unten, einmal oben sozusagen. Dann klebt es nämlich ganz super gut. Dann wollen wir natürlich auch, dass das Band da möglichst gerade drauf ist. Das ist eh klar. Aber auch das lässt sich mit einem karierten Papier drunter sehr, sehr gut machen. So. Einmal andrücken. Und dann können wir das Ganze anlösen. Mit der Spitze vom Aufhebhelfer geht das normalerweise ganz gut. Wenn man es gut angedrückt hat zumindest. Da, 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 da. Die zweite Seite auch. Einmal hoch. So. Okay. Jetzt, ihr Lieben. Jetzt legen wir uns das Band. Gerade auf das, äh, auf das karierte Papier. Und zwar an eine Linie. Egal an welche. Aber es muss eine Linie sein. Wo das schön drauf liegt. Bei mir ist es jetzt, ich orientiere mich jetzt an der unteren Linie. Und dann mache ich mir meine Karte auf. Und dann schaue ich, wie hoch oder tief ich das haben will. Ich möchte jetzt gern, dass da ungefähr, herunten, so in etwa, ein ähnlicher Abstand ist, als die Breite vom Band. Von daher fahre ich mir jetzt einfach da her. Nimm mir da die nächste Linie, die gerade ist. In dem Fall da. Und dann lege ich mir das Ding da drauf. Und dann brauche ich das eigentlich gerade noch da geradeaus drüber stülpen. Und da rüben auch. Und dann bin ich da, habe ich da das Band wirklich recht schön drauf gelegt. Sozusagen. Achten Sie natürlich darauf, dass die Dinge, dass der Überstand quasi irgendwo in dem Bereich ist. Weil da drauf, werden wir natürlich unseren Aufleger haben. Also das, was zusammen geht, soll natürlich unter dem Aufleger verschwinden. Ist eh klar. So, so wird das Ganze also werden. Und das klebe ich mir jetzt auf mit unseren Klebestreifen. Die finde ich da ganz genial dazu. Und die funktionieren da jetzt gerade ganz prima. Und dann setzen wir uns da zwar drauf. Den kleinen Nupsi sitzen wir da in die Mitte rein. Und dann kommt das oben hin. Und der unten hin. Und dann setzen wir da in die Mitte rein. Und dann nehmen wir gerade noch ein Stückchen da in die Mitte rein. Gerade, dass man es da nicht runterdrückt. Und das reicht eigentlich schon. Den Rest bewahren wir wieder auf. Und dann können wir da einfach die Folien abziehen. Und dann setzen wir uns das auf die Karte drauf. So. Dafür die Karte wieder am besten schließen. Dass man das ein bisschen besser sehen kann. Und da am besten wieder gegenüber mit den Fingern drunter gehen. Weil dann könnt ihr es schön einrichten. Dann gucken. Rechts, links, oben, unten. Dass es ungefähr einen netten Abstand gibt. So einigermaßen zumindest. Und wenn ihr das Gefühl habt, so ungefähr wird es da passen. Dann lasst es einfach aus. Und setzt es euch drauf. Sehr cool. Und dann können wir zum Abschluss noch die wunderhübschen Perlen legen. Dann setzen wir uns die da noch so her. In dem Fall setze ich mir die jetzt natürlich da her, wo ich da vorher gebatzelt habe. Eklang. Den Rest setze ich mir da her. Und einen großen setze ich mir noch da her. Und dann nehmen wir noch einen kleinen. Weil, warum nichts? Dann setze ich mir da noch einen, zwei her. Einen noch da. Tja, sollte reichen, oder? Sagt sie ja. Vielleicht setzen wir noch einen kleinen da oben her. Dass wir da so, dass wir es da so rauslaufen, so quasi. Wunderbar. Sehr, sehr cool. Fein. Mir gefällt es. Mir gefällt tatsächlich diese schiefergraue Variante oder diese anthrazitgraue Variante auch sehr gut. Ich sage es euch noch einmal näher. Mit dem Glitzer von Winkastellau. Finde ich echt gut. Und ich finde halt, dass die Perlen, die machen es halt auch nochmal richtig aus, weil die so richtig schön den Untergrund herziehen. Ich finde das mit dem Band da drunter, mit dem bestempelten total cool. Ich finde es echt richtig, richtig genial. Und so haben wir jetzt beide Varianten. Einmal eben diese Wanne Variante, einmal die anthrazitgraue Variante. Ich finde es richtig, richtig gut. Und wenn Ihnen das gefallen hat, dann bitte schenken Sie mir einen Daumen nach oben. Ganz, ganz wichtig. Gerne auch einen Kommentar unter das Video, welche Variante Ihnen jetzt besser gefallen hat. Ob die anthrazitgraue oder die Savanne Variante. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie da so quasi das Voting ausgeht, was Ihnen besser gefällt. Das würde mich total interessieren. Und ansonsten wünsche ich Ihnen ein ganz, ein schönes Wochenende. Werden Sie wieder kreativ aktiv. Es ist einfach wirklich total ein super Hobby. Und es macht einfach nur riesig Spaß. Und probieren Sie es vor allem aus. Mutig voran. Einfach probieren. Spaß haben dabei. Und ja, kann ja nichts passieren. Kann ja nur gut werden, sozusagen. Gut, ihr Lieben. Wer Fragen oder Wünschen hört, oder gerne eine Bestellung bei mir aufgeben möchte, bitte gerne tun. Ich freue mich immer mega, mega, mega. Das ist natürlich der schönste Lohn für meine Arbeit, wenn dort oder da eine Bestellung reindrudelt. Eh klar, wer das gerne möchte, kann das gerne machen, entweder im Onlineshop oder aber auch gerne direkt. Also ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben mit den Wünschen oder WhatsApp. Dann werde ich das sehr, sehr, sehr gerne für Sie erledigen. Ja, und freue mich einfach total, wenn da, wenn Sie sagen, mir gefällt es, wie Sie das machen. Ich will bei Ihnen einkaufen. Superbärig. Okay, ihr Lieben, in dem Sinn, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns das nächste Mal am Dienstag. Tschüss, baba, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.